Die meisten lernen aus eigener Erfahrung, die cleversten aus den Erfahrungen anderer. Wie glaubwürdig sind Kundenbewertungen im Internet heute noch? Nutzer erhalten kaum nachvollziehbare Anhaltspunkte, um dies einzuschätzen. Dabei wünschen sie sich genau das. Also gehen wir von die Werkstattkenner einen Schritt weiter mit Vertrauensfaktoren. Vertrauensfaktoren sind freiwillige Zusatzangaben zu einer Bewertung. Andere Nutzer können darüber die Glaubwürdigkeit einer Bewertung selbst einschätzen. Beispielsweise kann ein Bewertender zustimmen, dass seine Identität stichprobenartig durch die Werkstattkenner geprüft wird. Oder ob er tatsächlich Kunde bzw. Standkunde der bewerteten Werkstatt ist. Insgesamt stehen fünf verschiedene Vertrauensfaktoren zur Wahl. Dabei steht Datenschutz für uns ganz oben. Angaben unserer Nutzer werden nur nach ausdrücklicher Einwilligung verwendet. Bewerten auch Sie als Nutzer gleich hier die Leistung Ihrer Werkstatt. Natürlich inklusive Vertrauensfaktoren. Die Werkstattkenner. Hier zählt Ihre Meinung.